Ist ja weiterhin kein 100%-Run. Na, meine Freundin, wie geht's dir? Hallöchen. Meine Güte, hast du Schenkel. Konnte nicht stehlen. Ja, ich will auch weiter stehlen. Es ist auch nur ein Punkt, den man stehlen kann. Ich kann nicht stehlen. Na? Na, jetzt. Morgendämmerung. Morgendämmerung. Äh, Bahamut Zero. Definitiv. Okay, nichts zu stehlen heißt ja, es gibt nichts. Ja. Ja. So, mein Freund. Krass, das sind drei Teufels Namen. Okay. Space Dragon. Zack, zack, zack. Alle Vögel auf Angriff. Geil aussehen tut's. Scheiß auf Kollateralschäden. Die Sound sind mein ASMR. Jetzt einmal ein Odin an den Kopf. Der Odin kommt, denkt sich auch so, what the fuck? Warum ist das zu groß? Einmal Pediküre, bitte. Äh, wie lange hält das Regenerieren eigentlich an? Bis wir sterben? Oder? Wie läuft das? Regen scheint schon vorbei zu sein, aber muss eh nochmal auf Waffen rumgewachen. Bist du sicher? Wir testen mal, ob Gemach funktioniert. Ja, das können wir machen. Jetzt aber. Ach, es ist schon. Kacke. Ne. Äh, Demi funktioniert nicht. Gemach. Gemach scheint zu funktionieren. Ich kann auch ein Ultima in den Kopf werfen. Diamantenblitz. Ja, nun wird's easy. Muss ich jetzt Limit machen? Weil alles andere... Weil die ja... Die sind ja... Ihr seht nicht, was ich sehe. Moment. Moment. Seht ihr das Fenster hier? Seht ihr das Fenster hier? Ich bin so. Und jetzt... Ja. Ich bin so. 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 Ja, erst mal auf die Fresse holen. Erst mal auf die Rübe kloppen. Auf euch. Einmal ein Schlückchen Rohrreiniger. So, wir speichern gleich dann, wenn der wieder hier ist, ne? Naja, nun ist es ja easy. Große Wache, Regener, Gemach und Bio testen. Ja. Und Ultima, Neobahamut und einfach Spaß haben. Ja. Wir können auch noch gucken, er hat... Ja, dann nicht. Okay. Wenn der runter zählt, danach Echo Kraut und Heilung schmeißen. Äh, ja. Die Frage war nämlich, muss ich jetzt dann einfach irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwas anderes Besonderes machen? Hallo, Freund. Apropos Echo Kraut, haben wir das? Moment. Äh... Werfen. Viel zu viele Werfen. Der macht, äh... Der macht fix 85% Damage. Okay. Ha. Wir speichern jetzt nochmal. So, meine Big Mama. Wieder ausrauben. Nichts stehlen. Ne, Bio funktioniert auch nicht. Morgen, der Marogen. Und jetzt gibt's auch die Fresse. Gut, das klappt. Gut, das klappt. Aber warte mal gucken. Mal schauen, was er von dem hält. Mal schauen, was er von dem hält. Oh, was er handelt. Verkennst du dahlen. Okay. ok mega abwehr einmal ultima an den kopf werfen kann man das an den kopf werfen ok mega abwehr ist jetzt halb leer ja 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 konnte nicht analysieren das wundert mich gar nicht immer noch schnell einmal komet drauf ja das tut ihn ja sogar nicht jetzt aber wir haben den gerade besiegt bevor er seine technik machen konnte ich habe nur gesagt das gab einfach mal drei level fuck aber besiegt ist er nicht das sind noch wenig warte auf den nächsten ok geht der jetzt wieder ins meer ja hey mr monster wen glotzt du an nein es führt etwas ja es riecht mord mord meinem luftschiff der nächste hat aber auch dreimal mehr hp und damage ja muss ja auch muss ja auch sinn machen was oh nein lass uns bloß abhauen irgendwas großes ich meine was riesiges kommt deine mama der präsident die vorbereitung für sister rail auf fertig schön 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 feuer das hat das ding gerochen aber die kanone kann doch nur genau eine richtung schießen die kann sich ja nicht bewegen ok ich muss mal ganz kurz gucken was es bei fußball passiert ist hier draußen fällt einer hupen vorbei what's happening let's see let's see spanien kroatien 3-5 nach verlängerung ok eigentor 85-90 aha aha ok die kanone ist auch zu einem bestimmten zweck die schießt wahrscheinlich auf die kuppel von der richtung her könnte das glaube ich passen oder sie schießt auf den mond ok ok ich möchte mal was sagen ne ein paar von diesen sequenzen da muss man sagen im remake müssen die so episch aussehen achso das ding hat eingebaute raketen gut aus welcher richtung kommt der angriff mit gar das ist ein sehr langsamer strahl muss man sagen das aktuelle remake soll glaube ich bis zu dem punkt gehen wo wir mit gar verlassen ok weppen wurde durchbohrt verdammt verdammt es ist direkt durch weppen gegangen ich verstehe sie sind hinter seviroth her der krater an der nördlichen grenze ok dann fehlen noch sehr viele epische sequenzen eigentlich alle die epischen sequenzen kamen ja erst danach ich lach ja wenn das jetzt ok kuppel ist offen ähm sir weppen wurde geschlagen sowohl der krater als auch die barriere sind verschwunden alright ähm sir eine masse hochverdichteter energie bewegt sich auf mit gar zu weppen greift an lauft um euer leben wie kann weppen angreifen wenn weppen gesch- tja mr rufus goodbye mr rufus wobei der das wahrscheinlich überlebt und in teil 8 wieder kommt aber da ist halt auch spoiler was spoiler macht und damit ist spoiler was ist mit seviroth geschehen Nordhöhle sehen wir nach was passiert ist äh nö es gibt 4 weppen by the way konnte man in der sequenz sehen ok dass es 4 gibt äh habe ich dann verdrängt ich habe bis jetzt nur 2 gesehen sooo meine freunde also zu infos so gut wie alle final fantasy sind in einer eigenen welt ich weiß dass viele davon getrennt sind aber ein paar sind ja nicht in einer eigenen welt aber hätte ja sein können dass er trotzdem auftaucht ok das ist ein das ist ein weapon ja aber das wäre hier dann final fantasy 7 2 oder so ähnlich aber das gibt es ja nicht ne ab zum krater in welchem krater ich dachte wir machen erst nebensachen jetzt junon ja aber junon ist doch der hafen auf ein Das ist Sidecon, CD3 öffnen. Jetzt ist der früheste Zeitpunkt, um mit der Jagd auf die fliegenden Weapon am Himmel zu beginnen. Ihr findet sie beim Krater in der Nähe von Junon und könnt den Kampf beginnen, indem ihr das Monster mit dem Luftschiff rammt. Vorher natürlich speichern. Okay. Wir sind auch stark genug für das Vieh. Du solltest dich aber noch gut eindecken für den Kampf. Eta, Potions und Gegenmittel. Äh, ja. Wir haben eine Gemütskapsel. Ähm. Super. Also wir haben 25 normale, 3 Turbo, 18 Phönix, Katastrophe. Jetzt steht hauptsächlich Megaboss-Huntern. All right. Ähm. Ne, dafür müssen die erst das davor freigeschaltet haben, oder? Ne. Also ich glaube, wir haben technisch gesehen, wir sind nicht schlecht eingedeckt. Wir gucken mal. Äh, der da, ne? Na, mein kleiner Violetter Freund. So. Standard Prozedere. Nein, nicht Abwehr. Raub, du blödes Joystick-Ding hier. Kacke. Okay, der macht sowas. Die, 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 zieht anvisiert. Äh. 5600. Nette Kiste. Äh. Kannst du rauben? Oder ist er zu weit weg? Zu weit weg. Okay, er kann nicht rauben. Tschüss, Sid. Wäre lustig, wenn er da runterspringen würde. Trifft Demi? Nein. Gemacht. Da wäre jetzt die Fernkampfmateria von Vorteil. Ja, das ist richtig. Ähm, okay. Tschüss. Den muss man mehrfach besiegen, glaube ich. Habe ich irgendwo gelesen, ne? Hallo? Was ist denn bei dir kaputt? Hä? Na, mein Freund? Willst du landen? Oder so? Vielleicht? Nicht? Nö. Nach ein paar Malrahmen? Okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Uh. Wie ein GTA. Driften. Driften. Kommst du her? Stimmt. Das ist eine gute Idee. Speichern. Immer dieses Speichern. So, wo ist er jetzt? Come on. Du willst es doch auch. Ich habe keine Speichern auf Permadeath. Nein. Wenn du das Ramm nachher nach nur noch machen musst, ist es angenehmer. Es geht vor allen Dingen schneller, ja? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Ja. Wie oft muss man den denn rammen? Dräuf hundert Mal. Na, da sind wir wieder. Kennst du uns noch? Wir sind die, äh. Wir sind die Sonntagsfreunde. Okay. Cloud hat sehr wenig Leben. Da habe ich die Angst, dass Cloud das jetzt nicht überlebt. Egal, was das Vieh macht. Okay. Okay. 4.444. Eine Schnapszahl ist schön. Kriegst du da weg? Was bist du denn für eine Verteidigungsanlage der Welt, wenn du immer nur abhaust? Please explain. Tornado hier. Hm. Schön. Das wollte ich nicht. Ja, ist ja okay. Ich kann hier nicht landen. Ich verstehe schon. Okay. Das bedeutet, jetzt müssten wir das Limit 4 verklaut finden, um es freizuschalten, ne? Nein. Okay, wo ist er jetzt hin? Hallo? Hallo? Hallo, mein Freund? Wer are you? Da hinten blinkt, glaube ich, was, oder? Ne, das ist das U-Boot. Jetzt kommt noch eine Feindtechnik dazu im nächsten Kampf. Aber der zu Treffende sollte den finalen Schlag machen. Äh... 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 Äh, okay. Hm. Wo versteckt er sich? Wo versteckt er sich? Hallo? Hallo? Anybody there? Wahrscheinlich so. Oder ist das lila Geblinke wirklich die Weapon? Schauen wir mal, weil das ist jetzt wieder ein Juno. Ich weiß noch nicht, ob ich das U-Boot sehe oder die Weapon. Ne, das ist die... Ist das U-Boot. Cosmo Canyon. Äh... Da. Müssen wir das Spiel wieder machen? Ernsthaft? Bleibst du hier? Ach, so ein Mist. Natürlich fliegt er nach rechts. Hacke. Jetzt. Nein! Und Verschämtheit. Ich würde nach jeder Phase speichern. Habe ich nicht gespeichert? Habe ich nicht gespeichert? Oh Jungs, ihr müsst mich daran erinnern, ne? Also... Ganz böse, wenn ich das vergesse. Äh... Z. Bajan. Und... Wieder einsteigen. Na, wo bist du, mein Freund? Boah, das ist ja jetzt wieder hinbewegt. Komm schon. Komm schon. Hier. Dort. Da hinten. Irgendwo. Ich bin weggeflogen zu einer Stadt. Hier nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hat's ne Duse da? Ja. Ich kann mal versuchen. Also die Attacke. Die Attacke war's auf jeden Fall nicht. Schattenflamme. Okay. Okay. Also müsste Cloud ihm den finalen Schlag geben. Das ist leichter gesagt als getan. Kommt noch ein Kampf. Kommt noch ein Kampf. mit der Gamze gezogen. Ja. Komm schon. Mistverdammt. Yes, sir. Speichern angesagt. Nee. Er scheint nicht mehr auf diesem Kontinent zu sein. Hier. Nö. Hier. Ab durch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, wir kämpfen an Land. Das sieht nach Finale aus. No, immer noch nicht. Ist random. Okay. Alles klar. Aber dafür macht er jetzt noch Erdattacken. Upschalala. Ach, du willst mich da verkack eiern. Warum? 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 So, speichern. Und warum kannst du nun? Naja, musst ihn so weit runterhauen, bis er nur 20.000 AP hat. Oh Gott. Das Bescheuerte ist halt dieses Suchen. Weil sich der freundliche Tüppel immer irgendwo versteckt. Sonst wäre es ja nicht optional. Naja, aber es gibt einen Unterschied zwischen optional und einfach nur nervig. Also das Feature, dass der sich immer wieder versteckt und so, das ist ja nur im Spiel, um es länger zu machen. Das hat ja sonst keinen Zweck. Naja, oder um es so zu zahlen, als wäre er nicht legbar. Ja, also das heißt in Spielen Wegverlängerungsspirale. Ist das der Begriff, den ich kenne? Damit machst du Spiele länger, obwohl sie das gar nicht nötig hätten an der Stelle. Na, komm schon. Kommst du her. So, nochmal. Dieses Jahr ist es definitiv nicht nötig. Nö, überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Ach, jetzt ist wieder ein Luftkampf. Das ist kacke. Und da ist er. Ich werde ein Luftkampf. Und da ist er. Das ist einfach. Ich werde eine Luftkampf. Mal schauen, wenn die Schweiz gegen, wenn die, äh, Frankreich durch die Schweiz jetzt rausfliegt, dann ist es wieder lustig. Mal ganz kurz ein bisschen Schaden machen. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Schwer ist der Kampf nicht. Bis jetzt zumindest. Nur nervig. 20.000 pro Kampf. Ja, ein bisschen weniger vielleicht. Freu dich auf den Unterwassers-Marak-Werpen. Flüchtet der auch? Okay, weil der hat 10.000. Also 100.000. Die Schweiz hat ein Tor geschossen. Ich glaube, hier ist er nicht. Ich denke, der springt alle 20.000. Also musst du ihn 10-5-mal killen. 10-5-mal. Ja, das kann sein. Egal. Egal, es ist auf jeden Fall ein Weichei. immer wieder zu flüchten. Das wäre der Preis gewesen. Das wäre der Preis gewesen. Und speichern. Ja, ich vergesse das immer. Äh, ich muss mal ganz kurz was machen. Ja, also das ist... Den zu suchen ist immer so ein Käse. Ja, ich muss mal ganz kurz was machen. Okay, mein Freund. Wo bist du? Wo versteckst du? Da bist du. Hallo. Na. Komm schon. Eins. Zwei. Wenn wir den über Land rammen, ist vielleicht die Möglichkeit, dass wir einen Landkampf haben. Dann können wir den ausrauben. In der Hoffnung, dass der was hat. Naja. Wenn er nicht gerade mitten ins Meer fliegt. Wo ist er? Wie so ein Fighter-Game. So ein Jet-Fighter-Game hier langsam. Na, mein Freund. Ja? Du fliegst mir ein bisschen zu nahe in die Kuppel. Äh. Äh. Triggern wir jetzt gerade die Story-Sequenz? Neu laden? Neu laden? Neu laden? Nein, nein, nein. Ist nicht lang her. Darum geht's nicht. Nur die Tatsache, dass das da ist. Oh Mann, oh Mann. Ist mein Mikro leiser als sonst? Mhm. Eigentlich nicht. Sollte nix dran geändert sein. Vielleicht hab ich leiser gesprochen. Wie sind deine Ohren schlechter als sonst, Martin? Na? Wo bist du? Hallo, Violetter-Freund. Das FFZ-Auto-Kompressor. Audio-Kompressor, ja. Ich weiß. So. Ha. Da ist no way. Da, 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 da. Da, 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 da. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Mir wäre ja einfach ein langer Kampf lieber als das hier, ne? Durch die Gegend fliegen und keine Ahnung. Ja, wo bist du denn? Oh, ist das ein Unsinn. Gibt's nicht so ein Radar oder so, den man dafür benutzen kann? Der Woswaldo-Radar oder sowas? Oder Woswalter? Kann doch nicht dein Ernst sein. Wotai. Wotai. Äh, das ist richtig, ja. Wotai, Wotai, Wotai. Anybody here? Na? Auch nicht in Wutai. Oh, Mann. Ist das ein Unsinn. Gehen wir mal in die Richtung. Pass auf, der Reload hat ihn despawned. Oh, sag nichts, Martin, was am Ende ich bereuen werde. Das passiert nämlich, wenn wir Pech haben. Nochmal im Nordkrater. War das hier nicht der Nordkrater? Nee. Wir gehen mal ganz kurz ins Luftschiff und wieder raus. Komm schon. Sehr gut. Gegner weg. Gibt's nicht mehr. Cosmo Canyon? Cosmo Canyon? War das hier? War das Cosmo Canyon? Ansonsten Nibelheim oder Midgar? Naja. Bei Midgar sind wir jetzt schon dreimal vorbeigeflogen. Hier ist Midgar. Ich seh nix. Aber Cosmo Canyon ist immer der Ort des letzten Kampfes. Ich habe aber das dunkle, dumpfe Gefühl, dass der einfach nicht gespawnt ist. Weil wir müssen den, wir hätten den schon irgendwo sehen müssen. Das kannst du keinem erzählen, ne? Kannst du einfach nicht. Ja. Hallo? Haben wir hier ein Luftschiff einen, der uns das sagen kann? Nee. Offensichtlich nicht. Da hat der Controller kurz gespackt. Einen wunderschönen guten Abend, Litschi. Und viel, viel Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen bei der Otterwande. Gehe davon aus, dass seine Posi gesaved ist und er über dem Nordkrater schwebt. Gehe davon aus, dass er nicht gespackt hat. Äh. Bitte nein. Bitte nein. Bitte nicht. Hier schwebt keiner. Zum Glück nicht. Ich hoffe, du hast deinen schönen Wochenstart, Litschi. Äh. Wo ist der denn? Oh, wir laden einfach neu, glaube ich, oder? Laden wir mal neu. Einmal neu laden und hoffen, dass er dann da ist. Nochmal laden, ja? Guten Abend. Hier wünsche ich auch einen guten Abend. Äh. Wir laden mal neu. Mal gucken, ob unser Freund dann wieder gespawnt ist. Gelbe Karte für Frankreich. Aha. Okay. Final Fantasy 7 ist ja quasi ein Pflicht-Follow. Ja, das hört man als Streamer natürlich gerne. Aber deswegen spiele ich das nicht. Es ist tatsächlich mein erstes Final Fantasy überhaupt. Kongaga Village, Fort Condor, Midgar, North Crater, Juno, Area, Middiel, Mount Nebel, North Coral, Cosmo Canyon. Die Orte, wo er gerne hingeht. Also ich gehe davon aus, äh, wahrscheinlich sehen wir den jetzt sofort. Ich sehe das kommen. Wir fliegen jetzt eine Minute und dann haben wir den. Pff. Das ist, also sorry. Das ist so ein schönes Spiel. Und dann sowas. Warum? Also das hat überhaupt nichts mit Spielmechanik zu tun. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Muss nicht sein. Aber, Litchi, deine Aussage entnehme ich, dass du ein Final Fantasy Fan bist. Also mehr als Final Fantasy 7. Das ist doch ein Mumpets hier. Ja. Ja, also wenn wir den nicht finden, glaube ich, haben wir ihn offiziell besiegt. Hilft uns nicht. Weil er auch Midgard nicht triggert. Äh, warum soll der ein Midgard triggern? Was soll ihn Midgard triggern? Weil... Ist doch nichts mehr passiert. Das ist vorhin die Story, denn die ist ja getriggert. Das war doch schon... Das ist doch schon passiert. Wir haben ja danach gespeichert. Fast jeden Teil durch. Okay. Welchen nicht? Und warum? Und äh... Final Fantasy 7 Remake. Äh, wie gut funktioniert das? Findest du das im Verhältnis zum Original? Flieg auch mal über die Wasserflächen. Er schwirrt da... Ja, das... Pass auf. Der ist jetzt hier im Wasser. Mitten im Licht oder so. Ich seh es kommen. Irgendwie hinten bei dieser komischen Insel. Oh Mann, oh Mann. Das ist der Nordkontinent. Du hast also den Verfolgten bei Midgard in der Sequenz getriggert. Und dann gespeichert. Äh... Redest du von der Sequenz, wo Midgard schießt? Die Sequenz haben wir. Ansonsten haben wir keine Sequenz bis jetzt gehabt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es die gibt, wenn wir in Midgard schießen. Da reingehen. Nicht, wenn wir dran vorbeifliegen. Das ist schwierig. Fand das Remake ganz in Ordnung. Aber kam für mich nicht an das Feeling von damals ran. Wegen der du neu geladen hast. Nein. Wir haben ja nicht wegen Midgard geladen, sondern wegen dem Nordkrater. Okay. Nicht an das Feeling von damals ran. Ähm... Ja, also bei allem. Ich habe es noch nicht gespielt. Äh... Bei mir war die Überlegung, Final Fantasy zu spielen. Und Final Fantasy 7. Und dann kam die Überlegung, äh... Remake oder Original. Und dann haben mir alle gesagt, wenn du auf... Wenn die Retro-Spiele dir kein Problem machen. Was sie nicht tun. Ähm... Sonst hätten wir nicht einen Retro-Montag. Dann, äh... Lieber das Original. Und das tun wir. Und ich bereue ich es bis jetzt nicht. Tja, also... Das, äh... Ist eine tolle Sache. Aber... Können wir vorher schon wen anders besiegen? Sonst wäre es nicht schon zwei Wochen am Stück Retro. Das ist richtig. Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass es einfach... Es gibt aktuell kaum... Ja... Kaum andere wirklich gute Spiele, ne? Gibt so ein paar kleinere, aber... Ja... Schwierig. Der ist weg. Der ist einfach weg. Äh... Was wir vielleicht mal machen können, ist in die Stadt gehen. Jetzt bin ich ganz traurig, dich erst jetzt entdeckt zu haben. Warum? Wegen Final Fantasy oder allgemein? Also... Alles, was wir gespielt haben... Mit ein paar kleinen Ausnahmen findest du auf YouTube. Und ich werde die jetzt in Zukunft auch hier auf Twitch in eine Sammlung reinpacken. Dass die als, äh... Wort noch weiterhin verfügbar sind. Bis jetzt gespielt haben wir Link to the Past und Chrono Trigger. Ja... Ja... Na, meine Hübsche. Gehen wir mal rein. Und wieder raus. So... Quick and dirty. Und jetzt gehen wir wieder... Wieder in die Oberwelt. Und schauen mal... Ob das vielleicht irgendwas neu geladen hat. Bin hat gerade verwirrt, weil eigentlich steht jetzt der Angriff auf Midgar an. Aber meinst du mit Angriff auf Midgar, wo die Weapon auf Midgar wandert? Das, äh... Glaube ich nicht. Das... Wir greifen Midgar an, meinst du? Ah. Okay. Ja, aber dafür müssen wir wahrscheinlich nicht an Midgar vorbeifliegen, sondern... Da reingehen, oder? Sonst geht doch mal an Midgar rein. Schauen wir das. Ich kann echt nur auf Wiese landen. Was ist denn das für ein Luftschiff? Ich kann nur auf Wiese landen. Alles andere ist kaputt. Da, 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 da. Hallo, du braun gebrannter, blonder Freund. Komisch. Habe ich irgendwo den Schlüssel für das Tor fallen lassen? Vielleicht als ich auf Ausgrabungskur war. Ernsthaft? Müssen wir jetzt zum Ausgrabungsort gehen? Um den Schlüssel zu suchen? Um den Schlüssel zu suchen? Ein edles Geschöpf, das dich in die Lüfte trägt und sich nicht die Hufe schmutzig machen möchte. Wovon, wovon, wovon du sprechen? Kann ich da mit da drin landen? Nö. Ach so, von dem Landeverhalten eines Schiffes. Ja, sorry, ich bin... Der einzige, der hier schwer vom Begriff ist, bin ich. Das ist... Unfassbar. Klar. Ja, gut. Das ist ja auch ein... Wenn wir ehrlich sind, das Luftschiff ist ja wie... Ist ja ein Schiff. Schiffe werden nach Frauen benannt. Und, äh, Frauen sind ja auch Geschöpfe, die nicht unbedingt alle gerne dreckig werden wollen. Infolgedessen... Ausständen. Macht das Sinn. So, ähm... Müssen wir zur Ausgrabungsstätte? Um... Um jetzt den Schlüssel zu holen. Das bedeutet, Ausgrabungsstätte... Äh... Das war Nibelheim. Das war Nibelheim. Das war Nibelheim. Das ist der Cold Saucer. Ähm... Bum, 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 bum. Ah, jetzt ist schon wieder ein Flitzer beim Fußball. Die EM hat nur Flitzer auf dem Feld. Äh... Ja... Ausgrabungsstätte. Das war ja der Skelettkopf. Der war doch gar recht, oder? Laut beauftragt dem Piloten der Highwind das Luftschiff direkt über Midgard zu positionieren. Ist das dein Ernst? Meinst du das wirklich? Aber... Ja, die Sequenz von vorhin triggert nicht. Nein, aber die Frage ist, müssen wir erst Sephiroth Krater einmal besuchen, bevor das passiert? Ich bin hier ab und an ein schräger Vogel, aber so schräg bin ich auch nicht ab. Ne, das wäre noch CD2. Okay. Moment. Moment. Komisch. mia mettre Also... Hier sind wir 36 56 In der Midgar-Region. Da oben fehlen uns anderthalb Stunden. Jangan lupa like, share, dan share. Bis zum nächsten Mal.